hello und willkommen zum häufigsten fehler in der prüfung bei den gemeinkosten und ich meine das wirklich so immer wenn ich die prüfungen korrigiere sehe ich diesen fehler bei der frage und es wird zeit dass ich euch aufkläre in einem video damit es hoffentlich nicht mehr ganz so oft vorkommt es wird weiterhin vorkommen aber hoffentlich nicht mehr ganz so oft also worum geht es wir haben hier eine übersicht bei den gemeinkosten wurde kalkuliert ich habe eine vorab kalkulation also hier mit den normalkosten und ich habe eine nachkalkulation mit den ist kosten das heißt einmal habe ich kalkuliert normalkosten mit durchschnittswerten und einmal habe ich mit den tatsächlichen kosten kalkuliert ich blende euch hier oben ein video ein falls ihr da noch nicht so fit drin seid aber darum geht es uns jetzt erstmal nicht uns geht es um folgendes und zwar habe ich hier angegeben materialgemeinkosten bei den normalkosten ist der satz zehn prozent und hier drüben bei den tatsächlichen ist kosten waren es nur acht prozent das heißt ich hatte gedacht ich brauche zehn prozent materialgemeinkosten habe aber tatsächlich nur acht prozent benötigt und dann kommt immer wieder in der prüfung die frage begründen sie die kostenabweichung beim bei den materialgemeinkosten so und was mir wirklich also über die hälfte der prüflinge schreibt mir folgende begründung höhere rohstoffpreise und jedes mal denke ich mir nein nein genau das ist es nicht denn wie ich zeige es euch jetzt mal wenn meine rohstoffpreise sich erhöhen dann sieht das wie folgt aus die rohstoffpreise das sind die einzelkosten die material einzelkosten das heißt wenn sich diese ändern die sind direkt zurechenbar wenn sich diese erhöhen dann kalkuliere ich einfach nur mit dem höheren betrag das heißt ich habe die rohstoffpreise erhöht von 5000 auf 6000 euro das ändert aber nichts an diesen zehn prozent und an diesen acht prozent das ist nicht die begründung warum die prozentzahl anders ist denn alles was ich jetzt gemacht habe war meine material einzelkosten zu erhöhen das heißt das ist definitiv nicht die begründung nicht sagen wenn sich die rohstoffpreise erhöhen erhöht sich mein materialgemeinkostensatz das hängt nicht zusammen auf keinen fall und jetzt schauen wir uns an was wirklich die begründung dahinter ist um dem ganzen auf den grund zu gehen habe ich hier einen betriebsabrechnungsbogen denn dort liegt der schlüssel für die ganze aufgabe und zwar was ich hier angegeben habe sind nämlich meine gemeinkostenarten und die verteilen sich auf materialfertigung verwaltung und vertrieb also die gemeinkosten werden auf diese vier kostenstellen verteilt und ich habe material einzelkosten in höhe von 55.000 euro und jetzt schauen wir uns das ganze mal ganz detailliert an wir hatten gesagt bei der vorab kalkulation bei den normalkosten haben berechnen wir jetzt einfach mal anhand von diesen betriebsabrechnungsbogen diese zehn prozent wie berechne ich denn den materialgemeinkostensatz ich nehme die summe der gemeinkosten von material 5500 euro und teil diese durch die material einzelkosten in höhe von 55.000 euro und macht das ganze mal 100 das ist meine gängige formel materialgemeinkosten durch material einzelkosten und das ganze mal 100 dann erhalte ich diese zehn prozent mit denen ich kalkuliert habe und jetzt war ja die situation beziehungsweise auch die problematik die aufgabe war ja bei der nachkalkulation hatten wir nur acht prozent das heißt da war der fall wir hatten ein materialgemeinkostensatz von nur noch acht prozent also wir hatten tatsächlich weniger an gemeinkostensatz als wir eigentlich dachten mit den zehn prozent und jetzt kann ich ja gegenrechnen wie muss dann die formel ausgesehen haben das müsste dann gewesen sein dass ich nur noch 4400 euro durch 55.000 euro teile und das ganze mal 100 dann komme ich nämlich auf acht prozent das heißt was ich jetzt an der stelle festhalten kann die material einzelkosten hier unten unter dem bruchstrich die bleiben ja gleich da ist es die sind egal also wenn mein prozentsatz von zehn auf acht fällt dann heißt es meine gemeinkosten sind von 5500 gefallen auf 4400 und woran erkenne ich dass meine gemeinkosten gefallen sind das heißt hier an der stelle im bab wo ich ursprünglich 5500 hatte habe ich jetzt nur noch 4400 das heißt bei der tatsächlichen kalkulation waren es hier nur noch 4400 und wie kann es sein dass ich jetzt 1100 euro weniger gemeinkosten hatte naja da muss ich mir die gemeinkosten anschauen ich habe hilfsstoffe energie und miete an gemeinkosten also eins von diesen drei positionen oder mehrere haben abgenommen um insgesamt minus 1100 euro also wäre jetzt eine begründung eine lösung für die aufgabe wäre jetzt beispielsweise ich sage dass meine hilfsstoffe haben abgenommen um minus 1100 euro ich kann also sagen wir haben ressourcensparend produziert und wir haben 1100 euro weniger hilfsstoffe benötigt als wir eigentlich dachten ich kann aber auch genauso gut sagen energie vielleicht habe ich einen besseren deal für strom gemacht und mein strompreis war jetzt günstiger als gedacht und deshalb habe ich mir minus 1100 euro an energiekosten gespart also irgendwas hat dazu geführt dass meine gemeinkosten in summe nur noch 4400 euro betragen und deshalb das ist die begründung das heißt die begründung liegt im betriebs abrechnungsbogen wir schauen uns jetzt noch gemeinsam einen an mit mehreren positionen und welche begründung ihr tatsächlich angeben könnt hier jetzt also noch ein ganz großer bb mit ganz vielen unterschiedlichen gemeinkostenarten hier aufgelistet und das könnt ihr alles als begründung nehmen warum sich dieser prozentsatz ändert das heißt wenn ich jetzt sagt mein prozentsatz ist geringer als ich dachte ich habe weniger kosten benötigt ja dann kann ich zum beispiel in den bb schauen und sagen hilfsstoffe ich habe weniger hilfsstoffe benötigt als ich eigentlich dachte wir haben ressourcenschonend gearbeitet oder ich kann sagen in standhaltung die in standhaltung meiner maschinen das heißt es wurde weniger gewartet oder repariert an meinen maschinen als wir vermutet haben deshalb haben wir hier kosten gespart und umgekehrt funktioniert das genau gleich also ich kann auch sagen mein prozentsatz ist gestiegen ich habe mehr kosten gehabt als ich eigentlich kalkuliert hatte beispielsweise ganz großes thema aktuell energiepreise die steigen ja ständig wenn meine energiepreise ständig steigen dann ist meine kalkulation vermutlich mit zu niedrigen kosten für die energie angesetzt also kann ich sagen wir haben mehr energie benötigt oder höhere strompreise gehabt als vermutet oder ich kann sagen gehälter es gab neue tarifverhandlungen und dadurch haben die gehälter sind die gehälter gestiegen und dadurch habe ich mehr kosten produziert also ganz wichtig wann immer ihr eine kostenabweichung bei den gemeinkostenzuschlag setzen habt schaut in den wab und schaut euch die gemeinkosten arten an das sind eure begründungen warum ich mehr oder weniger kosten warum mehr oder weniger kosten da angefallen sind und bitte bitte um himmels willen schreibt nicht hin die rohstoffpreise sind gestiegen weil das einfach nicht passt weil das einzelkosten sind und weil diese direkt zurechenbar sind nächste woche habe ich ein neues video für euch feedback gerne in die kommentare ich wünsche euch super viel erfolg beim lernen und natürlich für anstehende prüfungen falls die auf euch zu kommen